Wallah, was macht ihr? Es ist komplett Alp, Alter. Heute sind Tracks rausgekommen. Ich sehe, die Tracks haben nicht mal 40.000 Aufrufe, Alter. Und so sind 20.000 Zuschauer hier. Wallah, gönnt doch denen, die du im Release hast. Okay? Also, falls ihr euch fragt, was ihr hier seht, das ist nur eine Wachsfigur. Okay? Ich hab sie gleich einen Ball gemacht. Sio, was machst du denn hier? Das ist ein krasser Buch. Geil, Sio. Geil. Richtig geil. Du hast es verstanden, Sio. Ich habe Hunger. Was machst du denn hier? Digga, ich muss dringend weg. Meine Frau ist schwanger. Ich kriege jetzt das Kind. Du bist nicht bei meinem Freund Vincent. Sagst du bitte, meine Sch... Du bist nicht bei meinem Freund Vincent. Ich übernehme, Digga. Du musst nichts tun, Digga. Du musst nur so aussehen wie ich. Natürlich, die Storle ist so froh. Okay. Also, wer war? Leeroy nochmal, der Ehren... Ah, ich weiß schon. So, Leeroy directed das Ganze, Freunde. Schauen wir mal, was hier abgeht. Das Liebeshotel. Ist Liebeshotel nicht dieses Ausländerhotel? Ja, ja. Okay, gut. Ich weiß schon was. Genau, genau. Wo man damals gegangen ist, um zu bumsen, weil man kein Geld hatte. Ja, genau. Ebenhotel. Liebeshotel. Nimm dich vor den Spiegel in einem Liebeshotel. What the fuck? Warte mal kurz. Der Gesang war nice. Keine Suiten. Du bist zufrieden. In einem Liebes, Liebes, Liebeshotel. Also, Manu muss sich in diesen Szenen hier bedeckt halten, aber ich finde, SSO hat Herzlein gesteckt bei der Auswahl der weiblichen Artisten, wenn ich das so sagen darf. Ich finde es nice. Ja, SSO ist immer nice, weil er ist für mich so ein Film. Ich finde es nur schade, ist der Sänger überhaupt verlinkt oder so? Der weitere mit 54,99 und der weitere mit 55. Alter, was ist das? Alter, freu mich, Alter. Und 18.000 Zuschauer. Und 18.000 Zuschauer. Alter. Und das ist cringe. Fluente als Vorwand für Videotipps. Doch such nur den Kontakt für Klitoris. Sagt sie, wird TV-Star im Kinofilm. Aber bring erst mal Tequila mit Zitrone. Sie staunt über meine Tricks und Follower. Und schau dich an, mit deinem Blick wie Paul ist das. Alter, ich finde es sehr nice bis jetzt. Also es gibt Leute, die mögen den. Es gibt Leute, die mögen den. Ich finde es bis jetzt extrem nice. Ja, das kann man mögen. Ja, ja. 55 Euro, Bruder. Ich danke den weiteren Tüten. 55 Euro auch. Nein, ich danke. Ich danke. Keine Pfeift die ganze Zeit, Alter. Moschino-Gürtel von Prada. Oh mein Gott. Noch eine Hand. 54,99 Euro. Alter, was ist denn los? Ey, Manu. Ich glaube, heute musst du hier übernachten. Es ist vorbei, Manu. Heute musst du zu Hause. Nieder den Arminus machen. Ja, ich muss die Launch nehmen, heute. Es geht weiter. Wie Haselnuss mit Röhe, Aussprache, wie Donnebusch mit Röhe. Erzahlen sie im Badematte wie im Bordell. Aber nicht mit Karte, sondern Ibis Hotel. Also ich finde den Huch sehr nice. Ist der Huch? Ist der Huch jetzt so gut? Noch eine Hand, der 50 Donate. Der nächste, der 50 Donate, das könnt ihr jetzt aufhören. Langsam reicht es. Das ist 50 Donate. Ey, das kann man eigentlich schon als Friendly-Video hochladen. Ja, ja. Donation, Escalation. Donation, Escalation. Oh, oh, oh. Oh, was ist jetzt? Lass mal hier. Keine Bitte. Gehst du nach Hause? Was? Soll ich nicht kommen mit? Wir bestellen gleich Pizza auf Rosenacken. Moment, Moment, Moment. Nur damit wir es hier festhalten. Danke, du hast kurz fessern. Meister ist nach Hause gegangen. jedяли. Die später danach ist unverdrehen. Oh, my God. Nicht mehr scagen. Für Frauen verhalte ich mich extra korrekt. Für Frauen höre ich beim Sex am Rand und Lab. Für Frauen höre ich beim Sex am Rand. Big crypt, der den ist king. Hab ich ein extra Handy für Frauen höre ich beim Sex. I'll have to be 부분end. Weißt du da lauf aus und rausr esempio. Es ist extrem nice so. Es war auch cool, als der da war, ihn zu sehen, wie der so privat ist, weil der ist ja hier komplett verrückt, aber so live, voll korrekt, so komplett bedeckt, sein Vater, und dann, er spaziert überall so rum, schaut so Lautsprecher und so Sachen an, so, ich denke, was hat der? Dann geht er zum Mikrofon und schaut, die Mikrofon geht an, nein, ich so, was ist los? Ist das der CL6B von Neumann? Ich so, was labert der, Alter? So, bitte lasst mich da einrappen, bitte lasst mich da einrappen, er geht rein, rappt, nein, das muss ich meinen Freunden schicken, ich habe einfach nicht verstanden, was da abgeht, also, der ist komplett auf meinem Gehirn, ja, Mann. Ja, also, sehr, sehr nice bis jetzt, Freunde, ich muss ganz kurz nur ein Dank aussprechen an die Leute hier, 10,99 von Granit Musa, 18 Zentimeter, dafür musst du dich nicht schämen, Bruder, 15 Euro von dem, Bruder, ich küsse deine Augen, Bro, stabile Länge, 10 Euro von Miki und 20 Franken von Luis, Dankeschön, Bruder, es geht weiter. Spiegel in einem Liebeshotel, keine Smite, du bist um Frieden, in einem Liebes, Liebes, Liebeshotel. So, das war's, glaube ich, mit dem Drap, passiert am Ende noch irgendwas? Doch, what the fuck, noch ein Part? Manu muss extrem aufpassen in diesen Szenen, und wir haben 55 Euro von Cannes, Bruder, Holzer, bist du dran? Wenn ich so mache, müssen alle sofort stehen bleiben. Holzer, Abo, mach weiter. Alle sofort stehen bleiben. Gillian Sticker. Toppel, wie blöd, die ganze Nacht hoppel, rote, ich schlappe, man schoppel, ich nehme meine Viagra-Tablette, sie ist nass wie die Miagra-Tablette. Sie ist nass wie die Miagra-Fälle auf Viagra-Tabletten, ehrenvoll. Okay, ich drücke aus Sicherheit immer wieder auf Stopp, Freunde, ich hoffe, ihr seid nicht abgefuckt, weil, Digga, es sind einfach viel zu viele Zuschauer, damit der Stream gesperrt wird, wir können uns das jetzt nicht machen, Leute. Ja, ich glaube, wir sollten auch immer nur eine Strophe und dann sollen die Leute es später noch geben, weiß ich meine. Genau, genau, das ist das Ding, ja. Also, ich glaube, am Ende passiert nichts mehr, oder? Oder gibt es ein Outro? Nein, gibt es kein Outro. So, Cio, stabil, wie gewohnt, also er bedient eine Sparte in diesem Deutschrap und hat immer wieder seine Fans, die nicht weggehen und immer auf ihn warten. Finde ich geil. So, was sollen wir denn sonst sagen? Hast du noch was Abschritte zu sagen? Nein, also, ich sehe das ja immer so aus diesem musikalischen Ding und Cio ist halt brutaler Rapper, schon immer gewesen. Also, der ist halt lyrisch sehr basiert und auch hat so sehr großen Wortwitz und so. Ich finde das halt geil, was er macht. Ja, ja. Alle Alben, die er bisher gemacht hat. Also, kompletter Support von unserer Seite gehört Cio, die Box ist sowieso ausverkauft wegen meinen Videos auf Mois, weil er meine Reichweite und meinen Namen genutzt hat, um sein e-mails zu pushen, in dem Sinne, Grüße gehen raus. Als nächstes, Freunde, wird der Cio.